Kimberk Kimberk Meine Wurstchen Irgendwelche Vorfälle? Es warten sechs Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray, sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf. Was ein Chaos. Wie groß ist die Insel? Große. Aber wie viele Kilos? Das ergibt keinen Sinn. Na los! Hey, nicht weglaufen, ja? Mom bezahlt mich nicht fürs Babysitten. Tanze Claire! Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Okay, dann viel Spaß und passt gut auf sie auf, ja? Mr. Masrani! Sie fliegen? Ich hab einen Flugschein. Okay. Zeigen Sie mir meinen neuen Dinosaurier. Er ist weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Indominus Rex, unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Also ist sie wohl intelligent. Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde geschaffen. Größer. Furchterregender. Ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Größer als der T-Rex. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja. Hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier. Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Er muss klüger sein. Er glaubt bloß, er sei klüger. Ich will, dass sie ihn herbringen. Hallo? Vielleicht sieht er was, was wir nicht sehen. Fest. Tut mir leid. Es steckt in den Zweigen fest. Komm schon. Lasst das Schwein herunter. So. So und los geht's in Jurassic World. Wieso bin ich wieder der... Oh, ich hab ne Waffe. Bist der Coole. Ja, ich hab die Knarre. Ja, und ich bin jetzt wieder unser Raptor-Wenniger. Wieso? Kann ich doch auch. So. Nein, du kannst nicht. Die hören nicht auf dich, die hören nur auf mich. Ah. Ich hab den Film eigentlich gepennt. Wieso? Der Schwarze hat auch ein bisschen damit gemacht. Gar nicht. Der schaut nicht ins Gehege rein. Der hat gar nichts gemacht. Klar, der war doch auch und hat so gestreichelt und so. Ja, ein bisschen. Schweinchen! Schweinchen! Ach, das hat mir noch gefehlt. Ja, fang das Schweinchen. Du kannst doch sicher ein kleines Schwein finden. Was da ist? Kann ich das oder kannst du das? Keine Ahnung. Du. Ja, du brauchst ja schon mal das Schwein hier. Ja, wie wär's mal, wenn du das Stabding da einsammelst? Du bist wie ein Mego oder was? Ja? Du musst ihn gerannt. Keine Ahnung. Da! Ja, aber ich muss den Weg kommen. Weil da weiß ich, da finde ich noch Klappung was. Na komm, komm, komm raus da. Na 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 komm, komm raus da. So. Ich fang's ein. Geh da rein, los. Was machst du? Ich wollt reiten. Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Nein. Doch. Achtung. Komm mal her, du musst irgendwas machen. Ja, ich seh nix. Tu mal das Bild weg. Sag mal auf, hier so rumzuballern. Was haben wir eigentlich die Knarre? Weil ich cool bin. So, zieh! So, dann gleich was rein kraterputziert oder so. Das war glaub'n bisschen zu weit. Werden sie jetzt die Velociratoren auf uns setzen, Sir? Ja, so langsam, ja. Ich hasse Menschen. So. Ich bin der coole, oh. Ich bin der Velociraptor-Bendige. Was ist mit der Ausrüstung passiert? Geh da runter. Ich kann mir runterspringen. Alter. Kannst du jetzt mit den Raptoren springen? Das macht mir echt gesagt nix. Kriege ich wieder deine Punkte. Gar nicht. Auf hier rumzubolzen. Oh ja, nur alles auseinander. Das sind ja die Details oder so. So. Wow. Ja, ist ja fast auf Licht draufgegangen. Egal. Da! Du bist dran. Jawoll! So! So. Wieso müssen wir alles auseinanderreißen? Müssen wir alles kaputt machen. Damit wir hier irgendwas Neues zusammenbauen können. Wow. Was ist das? Blittschirm. Ist das ein Strahl oder so? So. So. Eins, zwei, drei, vier. Da ist Blue. Blue. Wie heißt das denn? Delta. Charlie und Echo. Wow. Wow, wieso bist du ein Velociraptor? Keine Ahnung. Na ja, cool. Wie mies. Kann ich jetzt machen? Schlag mal da dagegen. Wow, guck. Hier, Blue. Charlie. Charlie. Delta und... Als wir schnell anreißen, kann ich irgendwie nicht so ganz... Helfe halt mal auf Y drauf. Hier geht noch zwei. Aber keine Ahnung. Muss du noch was machen oder so? Das Schweinchen fehlt ja noch. Wieso? Kann ich? Kann Velociraptor sein? Voll mies. Tja. Es sind doch zwei. So. Ich seh nix. Was tun? Was tun? Dann musst du auf dich warten. Ja, geh mal zu den Fragezeichen und hor da mal drauf. Legoschalter verwenden, um Kruppe zu helfen. Danke. Bitteschön. Jetzt brauchen wir wieder's abschießen. So. Satz. Okay. Mach mal den anderen noch. Bin grad dabei. So. Das kam aber im Film nicht vor, Blue. Nö, nicht so ganz. Gut gemacht. Barry, setzt das Tor unter Strom. Klarer. Jetzt. Nicht an dem Maschstrang. So. Sie rufen um Hilfe. Schweinchen! Oh, jetzt sind wir beide wieder zurücktun. Oh, wer bin ich? In der da. Wir müssen aber das Schweinchen finden eigentlich, gell? Du machst doch... Alter, nicht auf mich! Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Du hast mich geschlagen! Einen Scheiß hab ich. Du musst zerstören. Da ist es! Willst du es einfach entkommen lassen? Oh Gott, zu langsam. Mr. DNS steht zu Diensten. Wie, du können auch bauen. Dinosaurier kann sowas zusammenbauen. Ja, wir sind ja schlau. Wir sind schlauer Raptor. Ich bin schlauer Raptor. Boing, boing, boing. Ich häng! Geh doch mal weg! Ja, geh du doch mal weg! Nein, ich will zuerst fällen. Alter, geh weg! Ich bin der Anführer. Wieso hochgekommen? Kein Klettern. Ah, guck mal. Alter, hör mal auf! Was denn? Du schlagst mit mich! Das tu ich gar nicht! Guck mal, ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, und ich hab vier. Hast du ne Kamera? Mit dem Vater! Hallo Mama! Was? Was? Okay. So. Fußball. Komm schon! Den Sprung schaffst du! Geh mal weg! Nein! Hä? Ja, was du bestanden machen? Guck, du fliegst schon wieder runter. Geh mal weg! Yes! Was hast du schon mal? Ich hab irgendwas gedrückt. B hab ich noch gedrückt. Und jetzt nochmal B, 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 B. Wie hab ich die ganze Zeit gedrückt? Hä? B und A. Gar nicht. Los! Ah, 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 ah! Ah! Ja, was? Ah, ah, ah! Spring, spring, spring! Oh! Hier geht doch nicht! Ich bin nämlich auch wieder runter schockt! Ach! Hach! Ah, 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 ah! Ich spring, hattdb und mit Hilfe ziehen... Ah, 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 ah. Ja, teuer haben wir doch gemacht, und dann... Komm jetzt! Ja, dann geh du weiter. Ja, dann lauf ich halt alleine hoch. Ja, toll, sehe ich sehr! Jetzt komm ich auch nicht mehr hoch! Ah, ah! Komm her! Fuck! Prozent Helm-Stadt nur ein und nicht und es hat und mann was einmal oben es gibt es nicht Wenn du dann gar nichts machst, dann fliegst du gleich wieder runter. Wie ist das jetzt? Geh mal? Tja. Ja jetzt, du bist ein Genie, komm mal näher. Du musst mit A, du musst irgendwie stehen bleiben und A und dann wieder gleich nach vorne oder so, aber du darfst halt nicht runterrutschen. Okay. Du musst ja immer noch, du musst ja einen Sprung noch setzen. So. Ja, komm. Spring. Nein. Ich bin mit A, aber du darfst, während du abrückst, schaffst du nicht laufen und dann musst du aber gleich wieder vorne laufen. So. A. Tu was! Geh mal her. Nein, ich schaff das allein, ich hab's vor dir schon geschafft. Komm mal runter. Wir machen ein extra langes Video. Also. Also. Warte. Oh Mann. Okay, die Szene ist echt scheiße. So. Oh Mann. Das geht nicht. Du kannst das halt nicht. Wow. Ich hab's geschafft. Wow. Noch 10 Minuten mal. Ja. Du stirbst nicht mal. Ja hallo, ich hab noch ein Herz. Kamera. Mach mal die Kamera kaputt. Geht nicht. Schmeinchen. Schmeinchen. Ein Herz für ein Raffel. Ein Herz für ein Diener. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Komm mal weg. Sie sind zerstört. Ich weiß, dass es ein steiler Aufstieg. Aber du schaffst das. Das ist mich zirsch. Hä? Ja, danke, dass du mich nicht hochlässt. Ach so. Warte. So.